Heute Punkte. Ja, da muss man schon mal hinschauen. Jetzt müssen wir das kurz halten, damit die anderen hier vom Umfall halten können. Aber das ist jetzt so, weil jetzt ist der Wind von hinten. Normalerweise ist der Wind. Am Abend. Hier. Ich bin glücklich mit dem, was ich auf der Straße gefunden habe. Besonders mit den paar Teilen, die ich vorher nicht wusste. Es wird interessant sein. Ich hoffe, dass die Temperatur gut sein wird. Und dann ist es gut für mich. Und dann gehen wir schnell und alles raus. Die vier oder fünf Kilometre? Ja. Wir sind nicht aus dem Tunnel, mit 300 Euro wie die Formel 1. Das ist nicht möglich. Ja, klar. Oh, mein Freund. Oh, Kacilara, er wird einen Niveau geben. Ja, 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 ja. Ich habe immer gewonnen in kurz. Ich habe immer gewonnen. Ich habe immer gewonnen. Was ist das? Ich habe immer gewonnen. Es ist niemals gewonnen, bevor du nicht auf der Start-Ramp und speziell wenn du nicht auf der Start-Ramp hast. Ich habe immer gewonnen. Das ist ein bisschen gewonnen. Ich habe immer gewonnen, weil ich mich zuerst. Vielen Dank.